Es ist gut, dass Menschen wieder über Politik reden, aber man muss sich selber auch die Frage sehen, welche politischen Formen brauchen wir wirklich, um unsere politischen Träume zu erwirklichen. Herzlich willkommen zu Jacobin Talks. Hallo Anton. Hallo. Unser heutiger Gast ist Anton Jäger. Er ist Ideenhistoriker an der Universität Löwen in Belgien und regelmäßiger Autor des amerikanischen Jacobin Magazins. Und er hat einen Text geschrieben über das Thema Hyperpolitik. Was das ist, das wollen wir heute besprechen. Vorab noch eine Ankündigung. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann abonniert uns als gedrucktes Magazin unter dem Link jacobin.de slash talks. Damit helft ihr vor allem diesem Format und sorgt dafür, dass wir regelmäßig neue Gäste einladen können und weitermachen können. Ja, wir sprechen heute über das Thema Hyperpolitik. Anton hat, wie gesagt, einen Text geschrieben, der auch sehr viel Aufmerksamkeit erlangt hat. Es geht darum, wie wir heute politisiert sind oder ob wir eine neue Form der Massenpolitisierung gerade erleben. Fangen wir vielleicht aber mit einem anderen Begriff an, nämlich dem der Postpolitik. Postpolitik war lange Zeit eine kritische Beschreibung unseres aktuellen Zustands. Vielleicht kannst du mal erklären, was damit eigentlich gemeint ist. Ja, ich würde Postpolitik eigentlich definieren im Kontrast zu der Massenpolitik, die wir im 20. Jahrhundert bekannt haben, wo es Institutionen und auch Bewegungen gegeben haben, die unsere politischen Fragen oder Fragen über was wir kollektiv mit der Gesellschaft machen wollen, dass die intens politisiert waren und dass es auch kollektive Deliberationen oder kollektive Überlegungen darüber gab. Und dass es verschiedene Interessengruppen und verschiedene Akteure gab, die eigentlich die Frage stellten, was wollen wir mit der Gesellschaft kollektiv machen. Die Postpolitik als Phänomen und auch als Zeitalter indikiert eigentlich einen Moment, worauf die kollektive Deliberation über was wir mit der Gesellschaft machen aufhört und dass wir eigentlich zweimal delegieren. Wir delegieren nach Technokraten, die eigentlich den Markt stützen oder den Markt kontrollieren. Und dann wird die Politik auch individualisiert. Also alle großen kollektiven Fragen würden individuelle fragen, ob es jetzt über Konsum geht, über Lifestyle. Es gibt eigentlich keine wirkliche kollektive Deliberation mehr, über was wir politisch mit der Gesellschaft machen wollen. Du schreibst in deinem Text über die Schriftstellerin Annie Ernaux, die den postpolitischen Zustand gewissermaßen in ihren Texten sehr, sehr gut auf den Punkt bringt. Vielleicht kannst du kurz erklären, was sie schreibt und was sozusagen für den postpolitischen Zustand so charakteristisch ist. Ja, Ernaux ist sehr interessant, weil das Buch, das ich zitiere im Artikel, die Jahre, das wahrscheinlich auch in Deutsch übersetzt ist und das erste in Französisch am Ende von den Jahren 2000 erschienen ist, beschreibt auch die Periode in Frankreich von den 80er bis die 90er Jahre, die natürlich charakterisiert wurde durch das Mitterrand-Experiment, wo eine Koalition von Sozialisten und Kommunisten noch versucht hat, um Sozialismus in ein Land, nämlich Frankreich, zu probieren und die dann in 83 und dann in 85 das sozialistische Experiment total hintergelassen haben und wo man in Frankreich auch sieht, dass die Transition von Massenpolitik nach Postpolitik sehr abrupt und sehr schnell stattfindet und darum gibt es Ernaux auch die Möglichkeit, um das zu registrieren und zu beschreiben. Und wie Ernaux es beschreibt, ist wirklich eine Privatisierung von das Publique und auch von das Politische. Also der Teil von Ihrem Buch, das über die 90er Jahre handelt, beschreibt einen Moment, wo Menschen sich zurückziehen in die private Sphäre, bei Familie oder bei Freunden oder bei der kleinen Nische, eigentlich ihre politischen Nöte versuchen zu verfüllen und wo es einfach eine Publique Sphäre gibt, die sehr, sehr schmal wird und monopolisiert wird durch Professionals oder politische Junks. Und Ernaux, glaube ich, gibt uns ein Porträt von den 90er Jahren als Privatisierung von das Politische, das sehr, sehr interessant ist. Also die Leute ziehen sich sozusagen zurück, nehmen nicht mehr aktiv teil, sind nicht mehr so häufig Mitglieder auch in Parteien. Das zeichnet quasi den postpolitischen Zustand aus. Und jetzt ist da eine sehr, sehr interessante These, dass das oder diese Diagnose ja für unser Zeitalter gar nicht mehr so richtig stimmt. Also vielleicht, darüber müssen wir gleich mal reden, was vielleicht noch stimmt und was sich verändert hat. Du sagst, dass wir jetzt sozusagen so etwas wie eine Hyperpolitik haben. Vielleicht kannst du mal an dem Beispiel Occupy Wall Street, was vielleicht eines der ersten Beispiele ist, wo sich die Postpolitik, wo was Neues zumindest einsetzt, mal beschreiben, was da passiert ist. Ja, um wieder mit Ernaux anzufangen, was sehr markant war, wie ich ihr Buch erlesen habe, ist, dass, wenn sie das Moment von den 90ern und 2000 beschreibt, dass ich gleich auch ein Gefühl gehabt habe von einem Kontrast, dass in den Jahren 2010 und sicher in den Jahren 2020 nach Covid ihr Diagnose von das Privatisierte Politische eigentlich nicht mehr gültig wäre. Und dann habe ich mir selber die Frage gestellt, aber was hat sich wirklich geändert? Weil was wir auch nicht sehen, ist ein Rückkehr oder eine Renaissance von der Massenpolitik aus dem 20. Jahrhundert. Und ich glaube, Occupy und das populistische Moment, das man auch nach der Kreditkrise von 2008 gesehen hat, lässt sich wie eine antipolitische Reaktion auf die Postpolitik verstehen. Also es gibt eine Weigerung von Mediation und eine Weigerung von Ertretung und Repräsentation, so wie man auch zum Beispiel in Spanien sagt mit dem Slogan, sie repräsentieren uns nicht. Und Occupy und die sozialen Bewegungen aus den Jahren 2010 haben also eine antipolitische oder eine linkspopulistische Antwort geboten auf die Postpolitik. Zehn Jahre später mit dem populistischen Moment, das ein bisschen zum Ende läuft, sicher zur linken Seite, sind wir in einer Situation, wo die Postpolitik eigentlich nicht mehr gültig ist, aber wir haben auch, so wie ich gesagt habe, nicht die 20. die Massenpolitik aus dem 20. Jahrhundert. Und Hipperpolitik, ich glaube, ist der beste Name für das neue Wesen, das wir jetzt versuchen zu analysieren. Lass uns auf die Massenpolitik des 20. Jahrhunderts später auch nochmal genauer zurückkommen. Mich würde jetzt interessieren, was du erwähnst in deinem Text auch, den von Joe Freeman, den Text The Tyranny of Structuralistless, und was eine Kritik war an den feministischen Gruppen, ich glaube in den 60ern oder kann das sein? Bin mir nicht ganz sicher. Und sozusagen an der Strukturlosigkeit dieser Gruppen und was, du nimmst diese Kritik gewissermaßen auf und sagst, genau das zeichnet eigentlich die Anfänge oder die Bewegungen der Hyperpolitik, zum Beispiel Occupy Wall Street aus. Kannst du das nochmal ausführen? Was heißt das, diese Tyrannei der Strukturlosigkeit in diesem Kontext? Also die Frage nach der Strukturlosigkeit, die auch bei der Neue Linke schon viel gespielt hat und die Friedman auch analysiert, ist schon viel älter. Ich glaube, was typierend war für die sozialen Bewegungen aus den 70er und 80er Jahren, zum Beispiel auch die ökologische und grüne Bewegung, ist, dass sie noch immer einen Spiegeleffekt gehabt haben oder sich als Vorbild die bestehende Massenpolitik genommen haben. Also sie haben versucht, die Massenpolitik auf ihrer eigenen Seite zu reproduzieren. Was ziemlich auffällend ist mit der heutigen sozialen Bewegung, dass sie sich nicht einmal formalisieren und keinen Unterschied haben zwischen Mitgliedern und Nichtmitgliedern. Also es sind keine Massen, aber Schwärme, wie wir sagen, und es gibt eine Gruppe von Individuen, die auch auf sehr impermanenten und informellen Basis zusammenkommen, aber die im nächsten Moment wieder total auseinander können gehen und dann nicht mehr auf dem gleichen Platz sich selber zurückfinden. Das haben wir sehr deutlich gesehen bei der Klimabewegung in den letzten Jahren, zum Beispiel auch mit den Black Lives Matter-Protesten in Europa und in den USA. Es ist eine große Gruppe Menschen, auch zum Beispiel numerisch waren die BLM-Proteste in den USA die größte. Black Lives Matter. Ja, Black Lives Matter waren die größte in der Geschichte von den USA, aber organisationell oder als Organisation haben sie einfach sehr, sehr wenig hintergelassen. Und ich glaube, das ist die P&4-Hippa-Politik, dass die Strukturlosigkeit, die wir schon in den 60er, 70er Jahren gesehen haben, hat jetzt in viel, viel intensiveren Form angenommen. Und das gilt sozusagen nicht nur für Bewegungen, die, sage ich mal, auf der Linken sind, wie Fridays for Future oder Black Lives Matter, sondern tatsächlich, schreibst du auch, in irgendeiner Form für QAnon. Ja, zur rechten Seite haben wir auch ein bisschen das Gleiche, weil, was wir zum Beispiel am 6. Januar gesehen haben, wie die QAnon oder die Trumpites das Kapitol in Washington bestürmt haben, ist, dass es keine deutlichen Organisationen gab, die wirklich den Q oder den Angriff koordiniert haben. Menschen haben eigentlich auf sehr individuellen Basis Absprachen gemacht, um dann auch nach Washington abzureisen. Es gibt natürlich Netzwerke, die das koordinieren, aber es gibt keine deutlichen Chefs oder Leader, die die ganze Bewegung unterstützen. Und es ist auch deutlich, dass nach dem 6. Januar es sehr, sehr wenig Organisationen gibt, die aus dem Moment noch überlebt haben. Also sogar zu, auch zu linker und zur rechten Seite gibt es eine neue informelle Hipper-Politik, die sehr viel Energie kann generieren und die Menschen in ein, lassen wir sagen, moralisch sehr aufregendes Moment zusammenbringen, aber die sich nicht kann konsolidieren in Institutionen, die ein Zyklus überlebt nach der nächsten Wahl oder nach dem nächsten moralischen Kulturkrieg überlebt. Da kommen wir vielleicht noch zu einem weiteren Aspekt, der ja irgendwie sehr wichtig ist für diese Art von Bewegung und auch für diese Politisierung, nämlich im weitesten Sinne das Internet, soziale Netzwerke, die Art und Weise, wie man sich dort connectet. Also welche Rolle spielt das Internet oder welche Rolle spielen soziale Netzwerke bei der Hipper-Politik? Ja, sehr gute Frage. Ich glaube, dass man das Internet oder die digitale Sphäre noch am besten kann begreifen als ein Substitut, ein Alternativ für die klassische politische Formen, die wir aus dem 20. Jahrhundert gekannt haben, ob es Parteien sind oder Gewerkstädte oder auch sozialen Clubs, zum Beispiel die Working-Mans-Clubs, die man auch in England gekannt hat. Was spezifisch ist an das Internet, ist, dass es eine neue Notion von Gemeinschaft oder von Assoziation bietet für viele Menschen. Aber die Exit- und Entry-Kosts, wie der amerikanische Sozialwissenschaftler Albert Hirschman mal gesagt hat, also Einstieg- und Ausstiegskosten, sind sehr, sehr billig. Also es gibt kein großes Stigma, wenn man aus einer Facebook-Gruppe weggeht oder wenn man teilglied wird von einer Subkultur am Internet, ob es jetzt über Krypto oder über die Pro-Männer-Bewegung geht oder sowas. Und man kann sich zum Beispiel erinnern, in den 50er und 60er Jahren auch in Belgien, wenn man Christendemokrat war, dann wird man geboren in einer christendemokratischen Familie und wenn man dann die Wahl macht, um zum Beispiel einmal nicht-christendemokratisch zu wählen, dann gibt es viel Stigma und viel Ausschließung, der zur Konsequenz kommt mit der Wahl. Das ist heute nicht mehr das Gefall, auch weil das Politische noch immer privatisiert ist. Aber Menschen fühlen doch die Not, um auf informelle Weise auf Internet ihre politische Affiliation publik zu deklarieren. Würdest du sagen, dass diese Art von Politisierung, die wir vielleicht ja auch bei MeToo oder so in einer ganz interessanten Weise hatten, dass das negativ nur sein kann? Oder ist es gerade wie bei MeToo, macht ja auch diese Art von neuer Politisierung, die dann über das Internet zum Beispiel läuft, kann ja auch total emanzipatorische Effekte haben? Ja, das ist für mich eine schwierige Frage, weil ich sicher auch keine Nostalgie für das postpolitische Zeitalter von den 90ern und 2000 haben mag. Und ich glaube, dass in Kontrast mit der Zeit auch viele Sachen sich zum Gute geändert haben. Also Menschen interessieren sich wieder in Politik, Menschen stellen wieder große Fragen. Was einfach nicht deutlich ist, ist, ob sie sehen, welche institutionellen Mitteln eigentlich benötigt sind, um manche von den politischen Fragen wirklich zu beantworten. Also das gilt auch für die Black Lives Matter Proteste, die moralisch natürlich ein Problem diagnostisieren, das sehr akut ist und sehr arg ist. Die Frage ist einfach, was muss wirklich passieren zum Beispiel, dass die USA eine wirkliche Antwort können bieten an die raciale Ungleichheit, die noch in der amerikanischen Gesellschaft existiert. und das meint auch, dass man zur linken Seite eine strategische Ambiguität zu der Hippapolitik kann kultivieren, um zu sagen, es ist gut, dass Menschen wieder über Politik reden, aber man muss sich selber auch die Frage sehen, welche politischen Formen brauchen wir wirklich, um unsere politischen Träume zu erwirklichen. Also wir haben halt so eine Art von Eventisierung, die sozusagen immer wieder ein neues Event oder ein neuer sozusagen Shitstorm oder es ist immer wieder das und wir identifizieren uns dann sehr stark mit auch unseren neuen politischen Begehren, unseren Positionen, aber es folgt eben wenig draus oder wir wissen einfach nicht, wie man das umsetzt. Oder ja. Ja, und ein tragisches Vorbild davon sind wir in die Black Lives Matter Proteste, die, so wie ich gesagt habe, die größte waren in der Geschichte Amerikas und die als einziges Resultat eigentlich die Condemnation von Derek Chavone haben gehabt, was natürlich ziemlich revolutionär war in die legale Geschichte von Amerika, aber die zu gleicher Zeit eigentlich sehr, sehr wenig geändert haben. Also all die Polizeidepartemente, die letztes Jahr ihre Finanzierung verloren sind, haben sie wieder zurückbekommen dieses Jahr. Und das meint, dass ein Status quo, das auch vor Covid und vor die BLM-Proteste existierte, dass das jetzt schon zurück ist. Und das illustriert für mich auf sehr peinliche Weise die Limite von der neuen HIPA-Politik, dass sehr viel politisiert wird, aber institutionell eigentlich sehr wenig sich auch ändert. Jetzt würde man, und das hat man auch hierzulande zum Beispiel, zu den Klimaaktivistinnen, ständig gesagt, geht in die Parteien, weniger noch geht in die Gewerkschaften, aber vor allem geht in die Parteien, macht doch Politik, warum seid ihr die ganze Zeit auf der Straße? Also das wurde von Etablierten natürlich gerne gesagt. Gleichzeitig, und das beschreibst du auch in deinem Text, findet auch in den Parteien ja was statt. Du beschreibst das für die niederländischen Sozialisten, wenn ich richtig liege. Kannst du mal sagen, was da eigentlich passiert in den Parteien, also wie sich Hyperpolitik da manifestiert? Ja, auf den ersten Punkt glaube ich, dass es wichtig ist, um zu sagen, die Parteien sind selber nicht sehr gesund und die Gewerkschaft ist noch eine andere Geschichte, aber zum Beispiel in Westeuropa sind viele Parteien eigentlich Kartellparteien, die keinen wirklichen Mitgliederbasis mehr haben und die nur als Supplement beim Staat einfach regieren und die auch total dekonnektiert sind von der Gesellschaft auf viele Lagen. Kannst du das mal ein bisschen, was heißt das? Sie haben viel weniger Mitglieder, ihr Personal kommt aus einer kleinen Gruppe von Akademikern oder Businessmenschen zum Beispiel und sie sind einfach nicht mehr die Massenparteien, die wir aus dem 20. Jahrhundert gekannt haben, auch zur rechten Seite. Also mit den Christendemokraten oder die Tories zum Beispiel in England sind das Parteien, die finanziell eigentlich überleben auf Donationen von sehr, sehr reichen Oligarchen zum Beispiel, aber die eigentlich nicht mehr die große assoziative Substruktur haben, die die Partei einmal noch unterstützt hat. Und wenn also gesagt wird, ihr sollt in die Parteien gehen, vergessen sie einfach auch, ja, aber die Parteien selber sind auch nicht mehr die Aktoren oder die politischen, sie haben nicht mehr die politische Kapazität, die sie im 20. Jahrhundert gehabt haben. Was die Parteien selber machen, ist, dass sie sich selber zu digitalen Maschinen transformieren, um die Absenz von den Mitgliedern zu kompensieren mit viel digital Outreach, so wie sie sagen. Also zum Beispiel das Flams Belang, eine postfaschistische Partei in Flandern, gibt unheimlich viel Geld aus an Facebook, an Facebook-Verbungen und bekommt damit auch ziemlich viel, ja, Elektoral haben sie ziemlich viel Stütz daraus, aber zur gleichen Zeit ist es keine klassische faschistische Massenpartei, weil sie einfach nur digital ihre Basis unterhalten. Das verschiebt sich ja überall, das kann man ja, glaube ich, überall beobachten, dass der Wahlkampf einfach über das Internet geführt wird oder es versucht wird auch sozusagen, ja, gibt es ja zahlreiche Beispiele dafür. Was bedeutet denn diese Diagnose, wenn diese Parteien, so du schreibst jetzt in deinem Text, auch selber so eine Art Start-up-Kultur entwickeln sozusagen, was bedeutet das für die politische Linke oder was hat, also es gab ja auch linke sozusagen Parteien jetzt in den letzten, sage ich mal, 10, 20 Jahren, die irgendwie ähnlich funktioniert haben. Kannst du da mal so einen Rückblick geben, was ist da passiert? Ja, bei Die Linke ist es schon bei den linkspopulistischen Experimente von den Jahren 2010, dass es deutlich eine Idee gibt, um die alte Idee von der Partei zu renovieren oder herauszufinden und ein Problem damit ist die Strukturlosigkeit, die wir davor schon besprochen haben. Für mich ist die wirklich schwierige Frage, wenn man Parteien nur zu Start-ups transformiert, dann vergesst man eigentlich, dass die Linke mit politischen Kriterien arbeitet, die viel, viel höher und viel schwieriger sind als die Rechte, weil es auch ein Gegenstand oder eine Opposition zu der existierenden kapitalistischen Gesellschaft gibt. Und das ist ein Punkt, das der Friedrich Engels schon immer gemacht hat. Die Kapitalisten sind schon organisiert. Sie sind immer schon de facto organisiert. Das Schwierige an der Arbeiterbewegung ist, dass sie sich überorganisieren müssen, um zum gleichen organisatorischen Punkt als die kapitalistische Klasse zu kommen. Also die Frage, um auf der linken Seite eine Start-up oder digitale Partei zu konstruieren, die organisationell nicht sehr kohäsiv und nicht sehr robust ist, kreiert einfach die Schwierigkeit, dass zur rechten Seite sie auch digitale Parteien können konstruieren, aber sie würden dafür nicht so abgestraft und sie haben nicht so viele Probleme damit. Und das sieht man sehr deutlich, zum Beispiel mit jemandem, dass Matteo Salvini, der einmal angefangen hat als ein rechter Populist, der Italien aus die Eurozone wollte holen und der sehr schnell gesehen hat, dass das nicht würde gehen, aber das meint nicht, dass er zum Beispiel in den nächsten Wahlen würde verlieren, weil die Rechte macht auch, die Ambition ist einfach nicht so groß als zur linken Seite. Wo wir jetzt gerade bei den Rechten sind, würde ich nochmal zu einem anderen Aspekt noch der Hyperpolitik sozusagen überleiten, den ich auch so wahnsinnig interessant fand, nämlich der Art von, du hast es vorhin schon angesprochen, Culture Wars oder der Art, wie auf einmal, ja Fragen der, man hat es jetzt immer viel Identitätspolitik genannt oder so, oder Cancel Culture von der anderen Seite oder auch Debatten um Kunstfreiheit und so weiter und auch da haben wir ja dieses, beschreibt der Hyperpolitik, glaube ich, ganz gut irgendwie, was da passiert. Vielleicht kannst du diese Art und diese Culture Wars nützen ja auch der neuen Rechten oder werden auch von ihnen, muss man sagen, geführt. Ja, also die Culture Wars waren immer ein amerikanisches Phänomen in den 90ern und Jahren 2000. Wir haben nicht das Gefühl gehabt, dass Europa ein Tag seine eigenen Culture Wars oder Kulturkriege, Kulturkämpfe sollte haben. Aber was passiert ist in den letzten 20 Jahren mit der europäischen Parteidemokratie, ist, dass die Parteien mehr und mehr fusiert sind mit dem Staat und ihre Mitglieder verlieren und dass die Parteien zu Startups und zu Schwärmen würden. Und das meint, dass politisch die Situation von der europäischen Politik näher und näher bei das amerikanische Vorbild kommt. Und das meint eigentlich, dass, weil die Parteien oder weil unsere Politik amerikanisiert, ist es auch nicht erstaunlich, dass wir mehr und mehr von den amerikanischen Tendenzen importieren und dass zum Beispiel Culture Wars da auch jetzt ein bleibendes Phänomen werden. Und was typisch ist über die Culture Wars ist, dass institutionell manchmal die Diskussion über fast nichts geht. Zum Beispiel, was man sieht über die Impfdiskussion in den USA. es geht eigentlich nicht über die institutionelle Frage, wie die Impfkampagne organisiert muss werden, wie der Staat sich zu seinen Bürgern muss aufstellen. Es gab einfach auch die Geschichte von jemandem, der nicht wollte aufhören, um die Maske zu tragen, weil sie Angst haben gehabt, jemand würde mich für einen Trump-Wähler ansehen. Und das ist typisch an die Culture Wars, ist das die identitäre Frage, wer bin ich eigentlich, total superiöre ist an die Frage, was wollen wir eigentlich machen mit der Gesellschaft kollektiv. Würdest du sagen, dass diese Art von, ja, ich sage einfach mal Identitätspolitik oder dieses auch Begehren nach einer Identität, das so stark geworden ist, auch eben was damit zu tun hat, dass sich Arbeitsverhältnisse geändert haben oder dass es sozusagen auch eine ökonomische Veränderung einfach gab? Sicher, also ich glaube, dass die totale Demokratisierung von der Konsumgesellschaft auch die Idee kreiert, dass alle total individuelle Kontrolle über ihr eigenes Leben haben, also es gibt jetzt schon iPhone-Kultur und es gibt Lifestyle-Möglichkeiten, die einfach früher nicht existiert haben. Also Menschen können total individuell ihr eigenes Leben ausschreiben. Zur gleichen Zeit ist es auch, dass, weil Arbeit so viel flexibilisiert ist und weil die Identifikation mit Arbeit schwächer und schwächer wird, weil Arbeit nur ein Grund von Einkommen wird und nicht zum Beispiel eine kollektive Identität oder eine Position in einem wirtschaftlichen Machtsystem, dass Menschen nach Identität suchen in anderen Sphären und das Internet und der Konsum sind eigentlich die zwei anderen Sphären, die evident ja ready made schon da sind. Okay, die sozusagen die andere Sphäre, die wir jetzt immer schon mal angesprochen haben, ist ja historisch, sind eben, ist die Massenpolitisierung des 20. Jahrhunderts. Also das ist gewissermaßen, hat eine Ähnlichkeit mit der Hyperpolitik heute insofern, dass eine große Zahl von Leuten eigentlich politisiert waren, aber wir haben es jetzt immer schon mal auch ganz, ja, angesprochen, es waren aber andere Art von Organisationen und manchmal klang es jetzt so, da habe ich auch das Gefühl, wenn ich darüber nachdenke, wie sollte man heute eigentlich Politik machen oder was wäre jetzt eine progressive Antwort, denkt man natürlich immer sozusagen irgendwie, naja, wir müssen die Leute wieder in die Gewerkschaften bringen oder so, würdest du sagen, kann man die Uhr zurückdrehen oder? Ja, sehr gute und schwierige Frage. Ich bin nicht sehr optimistisch, dass man einfach die Uhr kann zurückdrehen. Ich glaube, wir haben zumindest die Pflicht, um nachzudenken, wie die Massenpolitik vom 20. Jahrhundert funktioniert hatte und was ihre wirkliche Kraft war und wie wir die Kraft heute vielleicht reproduzieren können. Und ich glaube, dass es auch nicht zufällig ist, dass die Marxisten oder die sozialdemokratische Partei sogar in Deutschland und in Frankreich mit einer Kirche verglichen ist. Das ist nicht, weil es einen sektarischen oder religiösen Aspekt gab am Marxismus, aber weil funktionell die Organisationen auch eine Kontrolle und Disziplin über ihre Mitglieder gehabt haben, die sehr, sehr nahe bei das Kirchliche oder bei das Religiösen gelegen ist. Und das meint, dass die Pflichte und die Rechte, die in den Organisationen existieren, auch ziemlich stringent und ziemlich rigide könnten sein. Und das ist natürlich auch eine von den Ursachen, warum die neue Linke in den 60er, 70er Jahren sich gegen das ATS SPD-ideal abgesetzt hat, weil das Idee war, dass totale Organisationen, die einfach das ganze private Leben von ihren Mitgliedern monopolisiert haben, und das ist sogar in meiner Familie, die christendemokratisch war in Belgien, auch so, es gab einfach keine Frage, dass man auf einen Tag nicht christendemokratisch sollte wählen oder nicht zur Kirche gehen oder bürgerlich heiraten statt in die Kirche heiraten. Und man könnte natürlich sagen, dass in den 70er und 80er Jahren, wo die publik-private Mischung, die in den Parteien existiert hat, endet, dass das auch Emanzipation bringt. Was wir einfach sehen, ist, dass in den letzten 30 Jahren wirtschaftlich und ökonomisch die Sachen nicht besser sind geworden und wir haben allerlei neue politische Formen ausgesucht, aber ich habe nicht das Gefühl, dass der Balance am Ende viel besser ist vom 20. Jahrhundert. Also ich glaube nicht, wir müssen zurück zu einer sozialen oder sozialistischen Kirche, die wie eine Sekte einfach ihre Mitglieder diszipliniert, aber wir müssen uns schon die Frage stellen, was meint es, wenn man so leicht aus einer Organisation weg kann gehen oder so leicht hinein kann stiegen, dass es einfach keine Koordinationsmöglichkeiten gibt. Vielleicht ist ja auch in Zukunft eine Art von Verbindung möglich, also zwischen irgendwie horizontalen Organisationen, auch in den Gewerkschaften oder auch in der sozialistischen Partei und zum Beispiel kombiniert mit Medienpersonen oder sozusagen, also auch das, die haben wir ja gesehen, also ich weiß nicht, ich denke jetzt an Korben oder so ein Stück weit, war das ja so, wo man das Gefühl hatte, okay, da passt was zusammen oder das ist leider gescheitert, aber... Ja, ja, ja. Nein, und ich glaube sicher nicht, dass eine totale Antipathie oder eine Verwirbung von den sozialen Medien eine gute Idee ist. Ich glaube, die wirkliche Gefahr ist, wenn man sein Substitut für alle Politik behandelt. Und mit Korben war das Problem einfach, weil die englischen Gewerkschaften so, so schwach aus der Thatcher-Zeit angekommen sind, hat es nicht die typische Left-Wing Civil Society gegeben, wo Labour früher seine Macht aufgebaut hatte. Und da war Korben eigentlich fast verpflichtet, um digital mit Momentum seine Partei aufzubauen. Und da kann man Sachen mitmachen. Man sieht auch, dass es eine große Gruppe Menschen in der Gesellschaft gibt, die davor fertig sind, die den Radikalismus nicht zerwerfen. Aber zur gleichen Zeit, zum Beispiel im Kontrast mit Deutschland oder auch Belgien, ist die Absenz von den Gewerksstätten auch ein enormes Problem gewesen für Korben, weil wenn dann im Norden ein Zeichen gab, dass Menschen sonst sehr, sehr böse waren über den Brexit-Verrat, ja, dann haben sie da nichts über gewusst, natürlich. Okay, Anton, ich danke dir für das Gespräch. Danke. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Schaltet das nächste Mal wieder ein und tschüss. Bis zum nächsten Mal.